Und damit herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Joa, Trevor hat's drauf. Hahaha. Oje. Ähm, wir müssen auf jeden Fall jetzt zu irgendeinem Chinesen-Typen rüber. Komm und mach mit bei einem der aufregendsten Geländerinnen des Landes. Bring dein eigenes Fahrzeug mit und weite es bis ins Limit aus. Die Wette und meine Chance, auch wo Geldpreise, das darfst du nicht verpassen. Sonst dann hat er super Autos. Naja, natürlich darf ich das verpassen. Ich fahre in einem anderen Modus. Ich glaube, es war relativ knapp, ja, war am Zug. Hm, so geil hier, wüste. Und dann bin ich mit Trevor unterwegs. Ja, okay, wir sind da. Was geht denn hier ab? Ja, okay. Ja, okay. Ja. 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 Oh, das darfst du wohl der Chinesen-Mann sein. Oh, nein, ich bin Mr. Changs humble Translator. Mr. Chang, jetzt. Das ist ein Mal. Ich bin so toll. Ich bin so schnell. Du sprichst die Spanchen. Ich bin so schnell. Mr. Taucheng ist so glücklich, dass du mit den Verkaufst. Oh, ja. Er blieb so. Ich bin so schnell. Er ist so schnell. Du hast dir das Leben in mir vor. Das ist das Leben der Welt des Landesbeschens. Was ich mit ihm falsch ist? Das ist das! Das ist das! Komm, komm, komm! Ich bin los! Ah, und auf hinten einsteigen. Mr. High. Noon Man. Nach vorne. Und wir dürfen den Chef kochen. Und da wird es jetzt ein bisschen gegen Streit geben. Beziehungsweise Math-Streit. Okay. Gut. Muss er wissen. Oh. 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 Jetzt wird es lustig. Jetzt gibt es richtig Streit und Stress. Oh. Oh, wie geil. Oh, ich stehe da drauf. Oh, ich stehe da drauf. Oh, wie ich da drauf stehe. Oh. 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 Komm, was hab ich noch? Gar nichts. Das ist nicht gut. Alles weg, was da ist. Komm schon. Genau. Wann runter von meinem Besitz. Was sind wir denn? Ok, ich komme hinterher. Ah, da. Ok. Oh, ich glaube... Wenn ich das hier hochjage. Das sollte man hochjagen können oder? Oh ja, man kann. Und tschüss. Wenn wir kommen, ja, war klar. Und zack. Aber da gibt es noch mal was zum hochjagen. Na, erstmal halten wir uns so vom Leib. Ein Motorrad anrücken, nicht so die beste Idee. Oh ja. Das war auch so, als wäre nackig durch die Gegend laufend. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Was will ich sehen? Und tschau. Und tschüss. Oh, einer lebt noch. Jetzt nicht mehr. Dann schon sein. Ok, 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 ok. Immer mit der Ruhe. Komm mit der Ruhe immer. Das schaffen wir auch so. Das ist wie zu unentspannt. Ah, jetzt kann ich endlich durchschießen, nachdem das ganze scheiß Glas weg ist. Nachladen, nachladen, nachladen. Tschau. Du auch. Tschau. 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 Schönen Tag. Bye, bye. Ah, den könnte etwas krüger warm sein mit der Zeit. Oh ja. Oh ja. Silber. Was soll der Scheiß? Verluste 30, 32. Ja, komm, zwei, die noch hab. Nein, müssen. Ich war doch mega schnell. Komm. Surt's aber auf. Da piepst noch. Ab zu Trower. Nach Hause. Wow. Da gibt es jetzt nur einen Stockhaven. Solltest du mal auswählen, fast Bock hast, könnte Laune machen. Oder auch nicht. Kannst ein Auto gewinnen, wenn du gut bist. Aber du bist natürlich gut. Hau mich nicht dafür. Oh, Travel. Hehehe. Der hat sie alle im Griff, muss man sagen. Oh, da passiert was. Okay. Okay. Hey, du. Buddy. Kannst du uns ein grosser favor? Es ist die kleine Frau. Und wir sind wirklich verletzt. Kannst du uns zurück in unsere Motel? Unsere Auto ist da. Da. Es wird nicht lange dauert. Du kannst meine Räume nutzen. Keine Probleme. Äh. Ja. Le-ge-ge-ge-ge-ge. Le-ge-ge-ge. Näh, die bringe ich nicht zum Altruistenkult. Da steh ich eh nicht groß drauf. Tut mir leid, meine Freundin hat die besten Zitten. Geht's jetzt schon im Auto los, oder ich? Bin aber schnell dran. Entschuldigung. Sorry. Das soll euch wachbitteln. Was, wenn ich Scharottskomme? Da war nicht nur der Lack mit der Einbegriffen gerade. Aber sie haben keine Zeit für dich. Hey, was machen die verrückten Kinder da hinten? Ich sag dir was. Während du in den Vorbarn schraubst, warum arbeite ich nicht auf ihr Backplum? Huh? Was hast du gesagt? Wie soll ich die Kidney-Stonen raus aus deinen Ballen, big guy? Wir haben diese Party wirklich angefangen. Wow, wow, okay. Man, es ist cool, es ist cool. Stopp! Und ich helfe ihnen auch noch. Finde ich so nett. Und ich helfe ihnen auch noch. Geil. Für 40 Dollar. Ja, komm, hör auf. Ich brauche ein Auto, brauche ein Auto, brauche ein Auto. Tut mir leid. Also ich brauche dein Auto. Was soll ich denn machen? Da gibt es eine kleine Einstellung, die ich machen muss. Einstellungen. Audio. Schnelle Suche nach Musik. Wunderbar. Soll es jetzt momentan kein Star sein, genau. Weil ich da gerade neue hinzufüge und die alte rausgeschmissen habe. Das heißt darum, ja, vielleicht irgendwas nehmen, was nicht so... Ja, das hinterliegt der GEMA wahrscheinlich eher weniger. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, es ist wieder so spät hier in echt momentan, wo ich aufnehme. 1 Uhr nachts mal wieder. Und morgen wieder viel zu tun. Nein, nein, nein. Ich habe Bock auf GTA. Ich habe einfach Bock momentan. Ich zocke hier auch ganz gerne nachts, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Eher so tagsüber, eher nachts. Es gibt ja ganz unterschiedlich. Manche Menschen sind ja auch total nacht- oder tagaktiv. Ja, was ist denn los? Was ist passiert, Ron? Sie waren hier für dich. Hier für dich. Wer war hier? Die Biker. Nachdem du Johnny K. Sie verraten meine Sachen. Sie verraten meine Haus. Sie verraten meine Hände. Sie verraten meine Hände. Sie verraten meine Hände. Das. 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 Das statue hier, von impotent Rage. Das fucking bedeutet mehr für mich, als Johnny K. für jemanden. Und sie verraten sie. Das. Die Krise-Pathetic-Midlife-Crisis-Hog-Ridin-Shaven-Headed-Fruity-Leather-Chap-Wearing-Fucking-Asholes. Das sind die Hände, Trevor. Das sind die Hände. Das sind die Hände. Das sind die Hände. Warte, 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 du kleine Hände. Woah, woah, woah. Hey. Michael fucking Townley, right? Bitch-Wife. Two Kinder, 45. Find ihn. Los Angeles. Das ist ein großartiges Ort, Trevor. Das ist ein paar Leute. Du bist fucking nicht. Huh? Find out who did that fucking robbery, alright? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Wait. Now smile. Yeah. Alright? That's better. Run along. Now, Ron. Shall we go? Okay, wir holen uns wohl ein bisschen was an Knarren. Come in! Come in! Come in! I'll come in your ear when I get a hold of you. Oh! What are you buying at the gun shop? I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high-powered scope. Come in! Come in! Melvin! How do you feel about Brand Synergy, huh? TP Industries! Ammunation! Good! Because you're about to make a cool... That's the rifle I need. That's the rifle I need. That's the chest knife. Now I need a scope and a suppressor. Schalldämpfer. Verbessert. Get that look off your face! I know you sold Cletus's gun and he ain't got three brain cells. Oh, that's right, what's wrong. Steig on the spot. Oh, and now we're going to get the Biker. Oh, and now we're going to get really stressed. So, really stressed. Oh, and now we're going to get really stressed. Oh, and now we're going to get really stressed. Oh, and now we're going to get really stressed. Oh, and now we're going to get ready. What are we going to get here? Run, I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor. But you gotta look out. Because there are bikers all over this air strip. Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapon run. We're going to wait till the right time and appropriate them. We are? Yes, we are. I'm up here. I don't see the hardware. Okay, ist da noch ein Ticken höher. Haben einen schönen Zug vorbeigefahren. So, wir warten bis es wieder dunkel ist. Hm, na toll. Klar und deutlich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wenn du mir sagst, wo sie sind, dann ist sie auch platt. Gar kein Thema. Okay, lass sehen. Okay, ich habe ihn. Können Sie töten, Trevor. Hurry up, Ronny. Shit, ich höre einen Motorrad. Sie werden sehen, den Mann, du hast. Vielleicht, wenn du die Lichter auf der Tower, dann wird es nicht so obvious sein. Bitte, einfach raus. Ah, die drunter. Oh, oh. Shit, das wird knapp. Oh, oh. Puh, war der knapp. Okay. Ich warte. Ich denke, er ist nur der Tate. Du kannst ihn jetzt erraten. Er ist aus der Van. Jetzt mach ihn. Habe ihn. Du solltest den Blick auf seinem Gesicht sehen. Warte. Ein Mann kam aus der Kontrolltower. Schreie ihn schnell. Ganz oben. Habe ihn. Habe ihn. Habe ihn. Habe ihn. Und tschüss. Und tschau. Immer mit der Ruhe, Mann, immer mit der Ruhe. Ich hab das alles im Griff. So, okay, okay, warte, warte, warte. Okay, wir sollen nicht treffen. Schalten Piloten aus. Oh, oh, nicht leicht. Hab ihn. So, jetzt sind wir eh aufgeflogen. Von daher können wir auch gleich rüber. Bams. Kachinga. Und Kachunga. Hillfront. Oh, oh. Oh, da haben wir jetzt aber einige. Oh, oh. Nein, 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 nein. Karabiner. Und tschüss. So, jetzt aktivieren wir mal ganz kurz das hier. Kommen um die Biegung. Und hauen mal alles weg, was da ist. Die hat wieder in Deckung. Nachladen. Same procedure as every year. Davon habe ich leider keine Munition mehr. Nachladen. Da steht noch mal einer. Hab beide. Na, das sieht doch gut aus. Oh, scheiße. Hab beide. Oh, das sind gleich nochmal welche. Oh, yeah. Und tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Und tschüss. Da haben wir noch einen. Oh, fuck. Genau hinter uns. Und tschüss. Komm, gib mal ein bisschen Stoff hier, Alter. Ist ja unglaublich. Komm schon. Tempo, 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 Tempo. Einsteigen. Einsteigen. Go, 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 go. Oh, ich glaube nicht, dass da Platz ist. Oh, das geht's. Oh, das geht's. I am aware of this. Well, you gotta get him off. Do a roll or something. Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. Woo. He, 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 he. Oh, there he goes. Finally, I feel safe. You set up a buyer for these guns already? I thought we was just hitting back at them for the thing with the statue. If you'd read our latest shareholder report, Ron, you'd know TP Enterprises has been exploring a takeover of some lost MC business in the armaments and narcotics sectors for some time. And that kind of requires someone to purchase our guns. Right, of course. But Johnny K. and the figurine? Recent events, my impending departure included, have only expedited things. Trevor Phillips Enterprises is a far superior organization to the Lost Leather Club. Well, we hope we improve revenue streams, and overheads, and maximize profit, all that. Yeah, we'll be paying a bunch of idiots to stand around and cowhides, nip engine fumes. It's important work you're doing out here. God knows, we need a sharp mind running things. I am blessed to be a part of it. Ja, wer das nicht. Hm, da müssen wir hin. Okay, dann gehen wir mal tief genug und fliegen nicht direkt drüber, dann passt das alles. Und Abwurf. Oh, sieht schön aus. Wie führst du dir mit Rundenländer hin zum Flugplatz? Ja gut, ich bin nicht eh. Wie führst du dir mit Rundenländer hin. Wir werden ein paar Kumpels aus dem Hardware, Boss. TP Enterprises sind auf die Regierungen zu erzeugen. Und die Lost Leather Club posten nicht so schwer projekte für die kommende Kälte. Sie bekommen alles, was sie kommen. Wie führst du sie. Wie führst du sie. Eine riesige Kriminelle, wie die Lost Leather, nicht ein Kumpels aus dem Hardware, wie Johnny K. Sie representieren. Er war ein Mann, der über seine Präume war. Ich habe gehört, er war sehr. Ein paar Kumpels auf die Hände, die die ernsthaft aus dem Hardware. Ich habe sicher. Aber bevor das, ich meine. In Alderney. Mann war schief für Crystal, schief für Ashley. Mann war schief. Man hätte mir nicht gesprochen. Er war nicht. Er war ein Fuss. Und du hast ihn verraten! Er wird das nicht wieder tun. Bleib auf den Schwamm, Boss! Also, die Schäden gehen nach Mexiko? Mexiko, ja! Der Mann auf dem Boot ist Oskar Gussmann. Er ist mit den Kartellern. Wenn es ein Markt gibt, könnte es ein Weg sein, um das Geschäft zu öffnen. Ich habe das nicht gedacht. Wir können uns in Oskar kaufen, aber lass das mir, Ron. Yippie, ja, ja! Und das sind wir auch schon. Nummer 1, du bist der bessere Mann. Als ob es keine Angst gab. Oh, wie nett. Kann er mal einparken. Ich glaube, das war eine rechtliche Rehabilitation für meine Stattung der Stattung. Das war ein sehr guter Stattung, Treff. Das war ein sehr guter Stück von Plastik. Aber es gibt keinen Preis für emotionalen Attachungen. Ich meine, du kannst du deinen Kuss umbauen, um zu erhöhen meinen Herz. Ich könnte. Ja, ich meine, ich werde. Eine gute Idee. Wir haben keine Zeit, um zu betrachten auf das jetzt. Weil wir haben mehr Rehabilitationen, Ron. Wenn es eine Sache ist, die sie brauchen, außerhalb dieser großen Fenster, sind die Schäden. Trevor Phillips, Industrie. Technische Expertise. Innoverteile. Un-Stopp-Abel. Oh, das ist richtig. Okay. Jetzt geh. Ich muss meditieren. Oder masternieren. Wir beide. Du kannst jetzt verschiedene Immobilien in San Andreas kaufen. Verkauf stehen. Geschäftsimmobilien sind mit markiert. Gekaufte Geschäftsimmobilien werden mit Fahrräder über den jungen Personen angezeigt. Andere Immobilien wegen der Wahrstellung von Autos können aber auch benutzt werden, um die Anzahl an Fahrzeugen zu speichern. Okay. Alles klar. Gekaufte Geschäftsimmobilien zahlen die wöchentliche Einkommen. Viele Unternehmen erfordern, dass Verwaltungsmissionen absolviert, um die Mieteinnahmen zu erhellen. Okay. Manche Immobilien können nur von bestimmten Charakteren gekauft werden. Auch klar. Wenn du diesen Hangar kaufst, kannst du Schmuggel-Missionen für Oscar-Leading. Ich kann, nur können es nicht tun. Silber. Sechsbrücken Einflieger. Ich bin nicht unter einer durchgeflogen. Missionszeit lang. Also ich weiß nicht, wie schnell ich das würde schon machen. Schneller ging eigentlich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich das schneller machen soll. Das heißt so. Brauchen natürlich die Zwischensequenzen nicht anschauen, aber ich meine, das ist ja lächerlich. Kannst du ja nicht mitzählen. Kannst du ja nicht mitzählen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.